Ein Ford Ranger mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze SUV ist viertürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV verfügt über ein luxuriöses Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Der Diesel hat eine satte Leistung von 200 PS und wird über ein 6-Gang-Automatikgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 33.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Vielen Dank.